so einen wunderschönen guten morgen wünsche ich euch und willkommen zum ersten vlog auf musa penida bzw zum musa penida vlog wahrscheinlich wird das einer und wir haben heute morgen schön gefrühstückt ich hatte eine smoothie bowl und ja danach sind wir danach sind wir zum crystal bay gefahren da sind wir jetzt gerade laufen gerade so eine treppe hoch wahrscheinlich ein viewpoint da hinten und das sieht schon ziemlich cool aus ich schwenke mal kurz rüber und ja dann sehen wir uns später noch ja 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 Ja, ich muss da hinten abkommen. Ja, ich muss da hinten abkommen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe jetzt gerade Marius dabei gefilmt, wie er den Berg hochgefahren ist. Und ich muss selber noch hochfahren mit der Kamera. Ich habe keine Tasche dafür. Das heißt, Marius, wenn deine Camel jetzt kaputt geht, ich war nicht schuld, sondern du. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich melde mich nochmal ganz kurz. Ich weiß gar nicht genau, was ich als letztes gefilmt habe. Gestern waren wir aber beim Killingking Beach, hieß das, glaube ich. Sah einfach mega gut aus. Und ja, nachher abends haben wir dann aber beide unseren Scooter-Schlüssel verloren. Und wir wussten nicht genau, wo. Und haben da ein bisschen Panik geschoben. Und dann haben wir nachher noch die Einheimischen dort gefragt, ob die einen Schlüssel gefunden haben. Und tatsächlich haben die einen Schlüssel von den Zweien gefunden. Der zweite Scooter steht ja jetzt aber immer noch. Aber die Fahrt zurück war noch ganz cool. Der Weg ist halt sehr, sehr hügelig. Ja, da zu zweit auf dem Roller macht auf jeden Fall Spaß. Und heute wollten wir eigentlich nach Lombok, beziehungsweise nach Gilly fahren. Gilly sind so kleine Inseln vor Lombok. Ja, es fährt aber keine Fähre mehr. Und daher fahren wir morgen früh. Haben jetzt gerade schon die Tickets gebucht. Und bleiben jetzt noch eine Nacht in Nusa Penida. Ich denke, das soll es gewesen sein. Dann werde ich heute Abend die ganzen Szenen, die ihr gerade schon gesehen habt, jetzt schneiden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Block. Haut rein. Auf Wiedersehen.